Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Evacuation. Okay, irgendwas ist hier explodiert, wie mir scheint. Da ist noch Zeug. Das hole ich mir gerade. Ich helfe. Wir haben einen Freund. Na? Ich will hier Sprengstoff mitnehmen, wie mir scheint. Ja. Aber ich will erstmal gucken, was da oben noch abgeht. Mehr Ausrüstung. Das sollte passen. Sehr gut, hätte ganz gern mal wieder bei Gelegenheit ein bisschen Munition hierfür. Du kommst mit, okay. Kann der Typ sterben? Na, ich lasse den Sprengstoff überlegen. Wird schon passen. Okay, dann einige Headclips, wie mir scheint. Und mein Hex. So, fast gereicht. Oh. Wird ich flach? Ja. Sonst noch jemand? Ja, ich kann es. Warte auf. Alles klar. Ja, gut, das sieht doch gut aus. Ähm, Kollege? Glaubst du mit? Ich muss hier ein bisschen schieben. Ähm. Ja, ich komm hier hoch. Sehr schön. Alles klar, ja. Linser-G brauch ich grad nicht. Das passt. Da sind sie ja echt nicht geizig mit. Muss man dazu geben. Oh. 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 So, jetzt was damit. Was ist noch irgendwas hier reingeschmissen? Ja, du lägst aber gut ab, was zugeben. Das ist echt nützlich. Okay, weiter. Die Dinger springen halt so ein bisschen komisch und Wasser rum. Ich weiß nicht, ob das zu wazidig ist. Hm. Ich würde mal eher auf Nein tippen. Okay, wir brauchen hier ne Batterie. Können wir da offen was mitnehmen? Ah, diese Batterie zum Beispiel. Bitte schön. Ja, ich denke dann ist hier das Tor offen oder wir können es aufmachen. Go. There is not a minute to lose. Jeff also. Okay. Upsala. Klassiker. Hinter Wasserfall ist was versteckt. Obwohl das jetzt hier äh doch sehr offensichtlich war. Hast du schon aufgeräumt? Sehr gut. Oder waren es die Combine? Kann natürlich auch sein. Das spawnte direkt vor mir. Okay. So, was ihm gerade noch den Gnadenstoß versetzt. Aber warum nicht? We can see the Combine car. It's starting to move. We seem to at least the rebels. Okay. Wir sind unterwegs. Bist du jetzt schon unterwegs hier runter? Ja. Okay. So. Geh da hin. Wahrscheinlich. Ja gut. Die ist aber überall zu. Mhm. Okay. Ich muss anscheinend noch ein bisschen da durch. So. Ich schätze mal der war nicht auf unserer Seite. Ah, ich hab glaub ich meine Shotgun ausgetauscht dafür. Hm. Nee. Hoch. Werde aber was anfangen? Nö, kann man das Buch mitnehmen. So. Ein Stoff. Cool, cool. Ich hab das Gefühl wahrscheinlich wäre das doch ein Kollege gewesen. Na gut. Dann würde ich gerne mal hier rein. was kann ich mir sehen? Ich hab'n Shang. Okay, schuh. Schuh. Zum Arter kommen wir jetzt rüber, okay. Oh, das ist aber nicht fertig. Da kommen wir aber nicht, ja doch. Oh, ich nehme mich halt noch ein bisschen. Ich quetsche. Jo. Alles klar. Dann schauen wir mal. Ah, okay, du hast tatsächlich Bullet Drop. Was soll der eigentlich getroffen haben, ne? So, wie ich jetzt ein bisschen Eindruck habe. Oh, okay. Okay. Dann schauen wir mal. Genau, da kann man da stehen, dankeschön. Gut. Ähm, wer schießt? Überraschung? Sonst noch jemand? Äh, scheint nicht so. Gut, dann laden wir uns nochmal hier. Auf. Na ja, das wund ich nicht. Alles klar. Na du. So, noch mehr Zombies. Ah, wir haben hier noch, okay. Eine Tür, die noch nicht offen ist. Da kommen wir auch erstmal nicht raus. Dann schauen wir doch mal, ob wir was finden. Ah, okay, hab der mir auch zugemacht. Ja, das ist halt unglaublich ja. Aber gut, ist in Ordnung. Ah. Kombine. Also, jetzt gibt's hier jetzt nicht so unglaublich viele Möglichkeiten. Kann ich da nicht raus? Ne, ne? Ah, wir können das Ding wegsprengen. Okay. So, das ist ja gut. Ah. Hätte man glaub... Obwohl, ich glaub, mit ein oder zwei Granaten hätte man das wahrscheinlich hingekriegt. Alles klar. Dann müssen wir irgendwie da hochkommen. So, schon mal nicht funktioniert. Können wir euch heben? Nein, können wir nicht. Da komm ich ja auch nicht hoch. Ah, ne. Dann ist hier wahrscheinlich irgendwo draußen... Oh. Oh. Dann ry้ requirel... Die Batterie. Und der ist hier? Oder ist hier... Wo soll der denn da drin noch sein? Okay, gehen wir wieder noch eins zurück. Warte mal, war ich hier denn schon unten drin? Nö, weil es da halt auch nicht reingeht. Aber hier, also das ist ja normalerweise alles irgendwie sehr, sehr dicht beisammen. Von daher... Wird die da unten, der muss sein. Brennst. 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 Okay. Also sieht es aus, es geht hier weiter. Wir kommen nicht auf das Ding hier drauf. Und wir haben hier nichts. Ist hier irgendwo was weggesprengt worden? Nö. Na gut. Dann würde ich einfach sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Ich gucke da mal jetzt noch ein bisschen nach. Wo jetzt was fehlen könnte. Sagt mir nicht, wir müssen den Schuh da reinstellen. Gut. Das wäre auch ein bisschen sehr absurd. Ja, und dann sehen wir uns wieder, wenn ich die Lösung habe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen auf jeden Fall. Sagt mir nächstes Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.